Nichts passiert aus der Sicht der ZSC Lines, die nach wie vor verdient in Führung liegen mit 3 zu 2. Aber die Partie hat sich ausgeglichen nach diesem Führungstor der Gastgeber. Und mit Fortdauer der Partie wird die Gangartropiker. Aber Frederik Rothen muss zum 2. Mal raus in diesem Spiel. Beschwert sich heftig, dass diese Intervention von ihm korrekt gewesen sei. Wir schauen noch einmal hin. Trifft ihn von vorne. Da kann man es nachvollziehen, dass sich Frederik Rothen beschwert. Das Verdikt wird deswegen aber nicht verändert.